Ja, die letzte Sendung war etwas abrupt geendet, weil ich nur auf einen falschen Knopf gekommen war. Jetzt stehen ja noch an die Kurznachrichten zu dem Thema. Lobbyismus enden war ja eigentlich das Ziel der Neuparteien, aber leider die Wahlprogramme bisher, die Entwürfe oder Vorentwürfe der Wahlprogramme, bisher sind sie geschrieben von Lobbyisten. Und zwar von Lobbyisten der Sozialsparten, der anthroposophischen Pädagogensparten, der NGOs quasi, der Vertreter von NGOs. Und eben letztendlich sind sie für die Wähler eben nicht besonders nützlich, sondern eher für die sparten Möglichkeiten, sich zu bereichern und weiterhin kräftig in die Geldbeutel der Wählerinnen zu greifen. Und das spüren zumindest ansatzweise die Wählerinnen, dass das ihnen nicht gut tut. Und das werden sie dann auch nicht begeistert wählen, sondern werden sagen, naja, soll ich dem wirklich meine Stimme geben? Also ich selbst würde es auf keinen Fall. Für mich sind diese Wahlprogramme, für mich ist es so, da könnte ich niemals meine Stimme geben zu so schlechten Wahlprogrammen. Ja, so die Kurznachrichten. Ja, sie sind ja hier bei den Next Scientists for Future. Das könnte man auch sagen, die Next Generation of Scientists. Denn es geht ja so darum, die Next Scientists for Future begründen ja auch eine völlig neue, echte Wissenschaft. Früher hat man mal den Namen gehabt, Anreiz korrigierte Wissenschaft. Also wir brauchen eine Wissenschaftsreform und wir sozusagen stehen ja für diese neue Wissenschaft, echte Wissenschaft nach der Wissenschaftsreform sozusagen. Denn wie ist es mit der bisherigen Wissenschaft? Also genau genommen haben die Pseudowissenschaftler, haben in den Unis und Fachzeitschriften schon seit langer Zeit die Regie übernommen, zusammen mit den Konzernen. Also die Unis, die Pseudowissenschaften der Universitäten, das ist eigentlich eher Manipulation der Bevölkerung durch gezielte Unwahrheiten, könnte man das eher nennen. Ja, also das können Sie vergessen. Wir brauchen eine vollständige Wissenschaftsreform und eine Bildungsreform. Und mit den beiden Reformen beginnt dann eine wahrheitsorientierte Wissenschaft zum ersten Mal wieder neu. Und die Speerspitze dessen sind eben die Next Generation of Scientists, die Next Scientists for Future. Neustart echter Wissenschaft. Ja, und das Wichtigste ist, dass die meisten, auch gerade an den Universitäten, keine Ahnung von der Psychologie der vorteilbringenden Irrtümer, der parasitären Meme der Killerviren des Geistes und so weiter haben. Übrigens finden Sie auch in der Playlist 5 beim besten Sender News und Talks, Playlist 5 finden Sie am Ende auch eine Sendung über die Evolution. Das ist zumindest nicht alles verkehrt, was dieser Professor da erzählt. Er erwähnt sogar das Wort der Meme. Ja, immerhin. Na, wo? Hört, hört. Immerhin hat er ein bisschen was begriffen. Kennt auch den Professor Richard Dawkins, den berühmtesten Biologen in diesem Bereich. Immerhin schon mal was. Und ja, und dann, wenn wir schon bei den Kurznachrichten sind, Gewerkschaften, man bedenke, wenn wir sagen sozusagen Mindestlöhne, Tariflöhne und Gewerkschaften müssen sofort eingespart werden. Denken Sie nur mal, was das für gewaltige Kosten und Schäden sind mit diesen Streiks immer. Ja, das muss man sich mal klar machen, was das volkswirtschaftlich kostet, was das Ihnen im Geldbeutel am Ende Sie kostet. Neben all dem Stress, wenn Sie dann zum Beispiel nicht zur Arbeit kommen oder was auch immer. Also deswegen, und das ist völlig unnötig, es ist eigentlich nur ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten, sozusagen so nach dem Motto. Tariflöhne und Gewerkschaften, das führt zu mehr Arbeitslosen, verwahrlosenden Menschen. Und dann kann ich als Sozialspartler in der Betreuung dieser Menschen große Karriere machen. Und nur wegen dieser nichtbewussten Logik der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten müssen Sie bluten durch die Streiks. Und das ist alles völlig unsinnig. So, dann schauen wir doch mal, Schluck Wasser, hier unten bei dem rundlichen Ding, immer die Geschwindigkeit erhöhen. Dann lese ich mal die Kurznachrichten weiter vor. In den Ministerien wird für uns immer die Frage sein, bei der Umsetzung der Reformen, wie kommen wir am einfachsten vom Jetzt-System zum Neuen. Das heißt, unsere Kunstfertigkeit liegt ja darin, zu erkennen, wenn uns die ganzen Leute sagen, ja, ach, das und das würde uns aber viel Aufwand kosten, das und das umzustellen, dann suchen wir halt nach einer einfacheren Lösung, die uns nicht so viel Umstellungskosten kostet. Und so feilen und schleifen und polieren wir an der Reform und dann müssen wir natürlich die Reform auch nachbessern. Wenn man dann sieht, dass es irgendwo noch hakt, müssen wir die nachbessern. Und dafür braucht man diese über 50 Jahre Wissenschaftserfahrung. Ohne das hat man keine Chance, da wirklich was hinzubekommen. Ja, dann in der Playlist 5 bei dem besten Sender News und Talks findet man auch eine Sendung über die Unsinnigkeit der Studiengläubigen. Die Anne Wille hat das ja mal die Studienschlagerei genannt. Das ist so eine alternative Zahnärztin, die immerhin auch erkannt hat, dass das mit den Studien sozusagen der wackeligste Teil von Wissenschaft überhaupt ist. Und diese Studiengläubigkeit, die in den Pseudowissenschaften um sich gegriffen hat, die ist natürlich hochbedenklich. Und das habe ich ja schon erwähnt, dass diese Evolutionssendung auch in dieser Playlist zu finden ist. Ja, und dann, wie gesagt, das hatte ich aber auch schon erzählt, dass Dr. Huck ja als einer der Vordenker in Panorama in der ARD dargestellt wurde. Was, wenn die Leute jetzt die Assoziation machen, Dr. Huck, den kenne ich doch von Wir2020 Baden-Württemberg. Ja, dann ist das möglicherweise dann auch schon schlecht für die Partei. Denn ich glaube nicht, dass jemand etwas wählen möchte, was irgendwie zumindest von manchen Leuten doch sehr nah einer Sekte angesehen wird. Ja, und dann irgendwie ging es ja auch gestern in den Nachrichten um Lieferketten, ums Lieferkettengesetz. Die NGOs, das war so richtig schön zu sehen, da wurden dann also quasi, das muss man sich mal klar machen, da wird vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, werden Spenden-Erbettelungskonzerne, sogenannte NGOs, wo also die Geschäftsführer quasi jeden Satz, den sie sagen, der führt dazu, dass die Leute dann spendenbereit werden und ihnen spenden und dann können sie sich selbst schöne, schöne Geschäftsführergehälter bewilligen sozusagen, aus dem Spendenaufkommen heraus. Also die NGOs versuchten so richtig, die NGO-Vertreter, zwei wurden da interviewt, versuchten so richtig schön ihre Spendenkassen aufzustocken, durchmahnen, dass es nicht streng genug sei. Also dass das, so nach dem Motto, liebe Wählerinnen, da die Politik versagt und nicht genügend das Lieferkettengesetz nicht streng genug macht, bitte spenden sie an unsere NGOs, damit ich mehr Gehalt als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bekomme und so weiter. Und das, wo sie dann vermeintlich denken, dass sie damit dann etwas für ein strengeres Lieferkettengesetz machen würden. Dabei ist Lieferkettengesetz, das erinnert mich an diesen Irrweg des Fairtrades oder des fairen Handels. Das bedeutet immer, dass sie, liebe Wählerinnen, auf dem Weltmarkt immer überhöhte Preise zahlen müssen. Also die richtige Lösung ist, all die anderen Staaten mit all ihren Missständen haben alle die Möglichkeit, sich von den Next Scientists for Future beraten zu lassen, wie man mal ein vernünftiger Staat wird. Indem es dann vielleicht auch keine Kinderarbeit mehr gibt und so weiter. Aber dass, anstatt diesen richtigen Weg zu gehen, jetzt in ihren Geldbeutel reinzugreifen und sie dazu zu zwingen, dass sie überhöhte Preise für Produkte zahlen sollen, nur damit sie sich so ein bisschen fühlen dürfen als Weltretter oder als Samariter der gesamten Weltbevölkerung. Ich glaube nicht, dass ihnen das gut tut, wenn sie sozusagen lauter Geld verlieren, nur damit irgendwelche anderen Leute, anstatt ein Kind hochzuziehen, dann drei Kinder hochziehen können mit ihrem Geld. Ich weiß nicht, sie sollten ihr Geld besser verwenden, selber ihre eigenen Kinder hochzuziehen. Also ich sehe da keinen Sinn drin, denn das bedeutet ja nur, dass Leute in Afrika oder in Südamerika oder sowas auf ihre Kosten drei Kinder hochziehen, während sie sich gerade mal noch ein Kind leisten können. Das ist nicht, ich weiß nicht, wo der Sinn darin liegen soll, außer, dass diese NGOs darauf drängen, sie manipulieren, dass sie doch aus moralischen Gründen dafür sein sollten und dann, dass die Mahner natürlich dann, dass die NGOs dann natürlich mahnen, na, was die Regierung gemacht ist, ist doch viel zu wenig in diese Richtung. Also bitte, liebe Leute, spenden Sie lieber uns NGOs viel Geld und wir setzen uns dann ein für ein strengeres Lieferkettengesetz und wir Geschäftsführer können uns dann ein fürstliches Gehalt von ihren Spendengeldern genehmigen, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob sie das glücklicher macht und ihr Leben besser macht. Ich halte deswegen, bin ich ja der Meinung, dass jede Form der Spendenerbettelei von dem Bettler auf der Straße bis hin zu diesen Bettel-NGOs strengstens verboten gehört, denn es ist immer nur von Schaden für alle Beteiligten. Und solch ein grundsätzlich schädliches Ding sollte man auf jeden Fall irgendwie, ja, einfach das moralische Manipulieren und Unterdrucksetzen der Menschen, um sie moralisch zu zwingen, den Geldbeutel zu öffnen und irgendwas für irgendwelche unsinnigen Dinge zu spenden. Ja, wir müssen das so machen, dass der Staat eben alles, was gut ist und wichtig ist, sowieso unterstützt mit ihren Steuergeldern und dass sie eben nichts zusätzlich spenden müssen. Genauso wie ja der Staat auch alle, die nicht Verbrecher sind, ja auch mit Hartz IV großzügigst versorgt, da brauchen sie denen nichts zu spenden. Und die anderen, die angeblich nichts bekommen vom Staat, das sind ja dann auch meistens dann Verbrecher. Und die Frage ist halt, ob es wirklich so toll ist, lauter Verbrecher zu unterstützen. Das müssen Sie sich mal fragen. Für die Weltrettung, ja, es geht immer darum, für die Weltrettung gerne die deutsche Wirtschaft ruinieren. Darum geht es bei den NGOs auch, ja, weil sozusagen, liebe Leute, spenden Sie an uns, an unsere NGO, denn wir setzen die Politik unter Druck, noch mehr unter dem Stichwort moralische Weltrettung, die deutsche Wirtschaft zu ruinieren. Ja, kann ich keinen Sinn drin erkennen, weil die Lösung ist, dass die Staaten, in denen schlechte Lebensverhältnisse sind, die können sich bei den Next Scientists for Future beraten lassen, vom Staatscoaching coachen lassen, per Online-Konferenzen weltweit coachen lassen und können innerhalb kürzester Zeit aus ihren Müllstaaten vernünftige Staaten machen. Und dass wir einfach nur Geld darüber pumpen, damit in Afrika eine Frau zehn Kinder ernähren kann und sie noch nicht mal Geld haben für ein zweites Kind, darin kann ich keine Logik erkennen. Ja, das ist das, was ich ja schon angedeutet habe, auch in der vorigen Sendung, nämlich die anthroposophische Pädagogik-Sparte hat das Wahlprogramm geschrieben, hat die Sozialspartler haben die Wahlprogramme geschrieben und die Lobbyisten der NGOs haben die Wahlprogramme mitgeschrieben. Und so ist es am Ende ein Lobbyist, sind das Lobbyisten-Wahlprogramme. Also da sehe ich keinen Unterschied. Das ist so genauso, wie wenn die Großkonzerne bei der CDU die Wahlprogramme schreiben oder bei der FDP die Wahlprogramme schreiben und deren Lobbyisten die Wahlprogramme schreiben. Das ist genauso, wie man es kennt, nämlich, dass eben die Lobbyisten bestimmter Konzerne den Politikern die Gesetze vorschreiben und die, die dann im Bundestag durchwinken, sozusagen. Ja, und dann noch mal zum Thema mit der Rechnung der Wohlfühlstimme. Vielleicht sollten wir es so machen, dass generell auch die Mütter angehalten werden sollten, ihre, keine Wohlfühlstimmen für ihre Kinder abzugeben. Das ist natürlich schwer zu trennen, weil wenn es dem Kind schlecht geht, geht es der Mutter immer auch selber ein bisschen schlechter. Aber wir sollten die Mütter auffordern, dass sie generell möglichst nicht für die Kinder mit die Wohlfühlstimme abgeben sollten, sondern unabhängig davon. Und wir sollten alle wieder lernen, den Tod vor dem zwölften Lebensjahr zu akzeptieren, wie das auch alle Naturvölker tun, dass es kein Drama ist, kein ganz großes Drama ist, wenn eben Kinder, wenn sich herausstellt, dass die Kinder genetische Defekte haben, aufgrund derer sie dann halt doch frühzeitig versterben. Und das wird dann auch so sein, dass man dann also hier, wenn wir uns mal die Wohlfühlstimmen anschauen, wo sind die Wohlfühlstimmen? Ich glaube, ich bin in der falschen Reihenfolge. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Ja, die Wohlfühlstimme, da ist es ja so, dass man, also die Kinder würden dann gar keine Wohlfühlstimme haben, aber würden ihr Wahlrecht bekommen ab zwölf, aber natürlich nur für diese Stimme, für die Wohlfühlstimme. Das wäre ihr erstes Wahlrecht sozusagen. Und ab zwölf, da können die auch schon ganz vernünftig sagen, wie es ihnen wirklich geht. Und können auch mit den Wohlfühlstimmen analog den Schulnoten ja ganz gut umgehen. Hier beginnen alle mit drei bis vier und dann hat man ein Spiel zwischen eins plus, bis hin zu eins plus und sechs minus. Und wenn diese Kinder dann sterben, vor dem zum Beispiel mit elf ein Kind stirbt, dann wird das für es aber nicht die Note sieben abgegeben, weil das würde ja dann für den Hausarzt zum Beispiel ganz schlechte Verdienstzuschüsse bedeuten. Na, so dass der Hausarzt eigentlich sagt, die Mutter, die Eltern kümmern sich um die Gesundheit des Kindes in den ersten zwölf Jahren. Und wenn es dann so ist, dass dieses Kind sich als nicht überlebensfähig erweist, okay, kann man mit leben. Wenn die Eltern unbedingt wollen, dass da irgendwas gemacht wird, anstatt das zu akzeptieren, dass es ganz normal ist, dann sollen sie das halt aus der eigenen Tasche bezahlen oder durch eine Zusatzversicherung abdecken. Aber der Hausarzt, für den gilt das Kind erst dann als aus dem gröbsten heraus, mit zwölf Jahren. Warum haben wir so scheinbar harte Standpunkte? Das ist nur hart, wenn man manipuliert ist durch die vorteilbringenden Irrtümer der Medizinindustrie, die sich ja bereichert daran. Noch vor ein paar Jahrhunderten war es ganz okay und ganz normal, dass man wusste, man setzt zehn Kinder in die Welt und sechs oder sieben davon sterben. Ganz normal. Und niemand hat sich darüber aufgeregt und daraus ein Riesendrama gemacht. Und dann kamen die Medizinspatler und erkannten, dass es doch ein Riesengeschäft ist, schon Kinder zu behandeln. Und mittlerweile geht man sogar so weit, dass man schon die ungeborenen Kinder im Mutterleib operiert, sozusagen, weil das noch mehr Geld bringt. Und dadurch hat man dann als vorteilbringenden Irrtum so eine Art Moral aufgebaut. Ach, es ist doch unmenschlich, das Sterben der Experimente der Natur, der Kinder zu akzeptieren vor dem zwölften Lebensjahr. Denn wir können da ja schon elf Jahre Geld verdienen und sogar zwölf Jahre schon Geld verdienen, denn im Mutterleib können wir ja auch schon operieren. Und so haben sich dann bestimmte vorteilbringende Irrtümer, hat sich diese moderne kommerzielle Medizinethik, die hat uns durchmanipuliert, sodass wir jetzt erschrecken bei dem Gedanken, eventuell Kinder nicht zu behandeln, sondern höchstens vielleicht ein paar billige Schmerzmittel zu geben und ansonsten zu akzeptieren, wenn sich herausstellt, dass ein Kind halt nicht überlebensfähig ist, nicht genetisch defekt ist und so weiter. Und dieses, die Kinder schon im Mütterleib operieren, das vergrößert ja die Zahl der Kinder, die überleben mit genetischen Defekten. Und diese genetischen Defekte geben sie dann wieder an ihre eigenen Kinder weiter. Und dadurch entsteht eine ganze Armee, so wie die Sozialspatler eine ganze Armee von Langzeitarbeitslosen sozusagen konstruieren und herstellen. So stellen sich dann die Medizinindustrien selber eine ganze Armee von genetisch defekten Menschen her, über ganze Generationen, die sie immer wieder gewinnbringend betreuen können. Und nur deswegen erschrecken wir, weil wir so die Manipulationen, die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes der Medizinindustrie im Kopf haben. Denn ich mache Ihnen das nochmal klar. Also die, es ist eine urlinke Bewegung. Sie erkennen Rechte daran, dass sie auch daran, dass sie gegen Abtreibung sind. Während die ganze linke Emanzipationsbewegung und ganze soziale Bewegung und Emanzipationsbewegung ganz viel gekämpft hat dafür, für ein wenigstens teilweise, für ein begrenztes Recht auf Abtreibung. Jetzt habe ich sogar eine Petition gesehen auf diesem openpetition.de, wo es darum geht, endlich eine jederzeit Abtreibung zu ermöglichen. Und alles straffrei sozusagen. Und wir gehen sogar noch weiter. Wir sagen, bei den Naturvölkern, da ist es sogar genehmigt, dass die Mutter sich einige Stunden nach der Geburt auch gegen das Kind entscheiden kann und es aussetzen kann. Das ist natürlich nicht ganz ohne Grausamkeiten. Aber wir wollen das natürlich dann menschlicher machen, dass vielleicht die Leute mit einem, dass die Babys, dass die Neugeborenen gegen die sich die Mutter entschieden hat. Was wir also sagen, wir weiten das Recht auf Abtreibung aus bis kurz nach der Geburt. Und dadurch brauchen dann die Mütter auch keine riskanten Abtreibungsexperimente zu machen, sondern das alles nimmt seinen natürlichen Lauf, ganz natürlich. Und wenn das Kind dann da ist, dann wird es halt mit ganz geringen Kosten, mit einem vielleicht opiumhaltigen oder morphiumhaltigen, glückselig machenden Massageöl reingerieben und schläft dann ganz schmerzlos und glückselig ein und friedlich und sozusagen. Und da schreien jetzt, jetzt kommen dann die ganzen Medizinspadler und quasi so nach dem Motto als, ja, da laufen uns ja die ganzen Gewinne weg, wenn wir jetzt, also wenn wir noch nicht mal mehr die Abtreibung verkaufen können, sondern nur so ein billiges, so eine billige Morphium-Opium-Massage, ja, aber das ist eben echte linke Politik, den Frauen die Alleinentscheidung über den Nachwuchs bis hin kurze Zeit, vielleicht 15 Stunden nach der Geburt oder so, völlig allein zu überlassen. Das ist Naturrecht. Das ist natürliches Frauenrecht. Und die linke Emanzipationsbewegung, das sehen wir nur weiter. Wir gehen einfach bis zum Abtreibungsrecht, kurz nach der Geburt, um nicht unnatürliche Maßnahmen treffen zu müssen, sozusagen. Und dass wir vor zwölf sozusagen die Ärzte quasi nicht dafür bezahlen oder nicht motivieren, Kinder zu behandeln vor dem zwölften Lebensjahr, sodass dann die Eltern das aus eigener Tasche bezahlen müssen, wenn sie das denn unbedingt wollen, wenn sie unbedingt ein genetisch defektes Kind unbedingt älter werden lassen wollen als zwölf Jahre, dann müssen sie es halt zwölf Jahre auf eigene Kosten, sodass dann wenigstens nicht die Gesellschaft dadurch geschädigt wird, sondern dass sie selber auf eigene Kosten ein genetisch defektes Kind zum Schaden der Gesellschaft hochziehen müssen, also die entsprechenden Behandlungen bezahlen müssen. Und dann, ab zwölf Jahren gilt es ja dann für den Hausarzt, dass er dann natürlich auch auf eigene, sozusagen dann die Behandlung weiterführt, weil sonst würde er bestraft werden durch die Wohlfühlstimme 7, hier noch einmal zu zeigen mit der Maus hier. Und das würde zu drastisch reduzierten Verdienstzuschüssen führen, also wird er dafür sorgen, dass dieses Kind mit seinem genetischen Defekt dann möglichst alt wird und sich möglichst wohl fühlt. Aber eigentlich ist das natürlich schädlich für die Gesamtgesellschaft. Aber wenigstens haben dann die Eltern zwölf Jahre dafür bezahlt, dass sie der Gesellschaft einen solchen Kostenfaktor aufbürden, der gar nicht nötig ist, wenn man einfach zu einer natürlichen Mentalität zurückkommt. Kinder sind Mutanten. Es sind genetische Experimente, von denen sehr viele gar nicht fürs Leben bestimmt sind, sondern nur ein Lotteriespiel, eine Laune der Natur sind, die gar nicht fürs Leben bestimmt ist. Und man muss nicht jede Laune der Natur künstlich am Leben erhalten. Und wenn Sie sich die Natur anschauen, niemand tut etwas, um eine Laune der Natur am Leben zu erhalten. Man setzt sowas aus und fertig ist. Nur wir machen das halt ohne Grausamkeiten, in glückseligen Zuständen. Aber das ist Naturrecht und das ist naturgesetzliches Vorgehen. Und eben nicht, dass sich, wir wollen uns, wir wollen nicht, dass die Bürger, die Wählerinnen, Sie, lieber Wählerinnen, weiterhin manipuliert werden durch die vorteilbringenden Irrtümer der Medizinsparten, die eben gerne in ihren Geldbeutel greifen wollen, indem sie genetisch defekte Kinder schon im Mutterleib operieren können und dafür zigtausende Euro von Ihnen bekommen, von Ihrem Geld. Also, wir wollen Sie, liebe Wählerinnen, schützen vor diesen unsinnigen Zugriffen. Ja, stirbt das Kind vor dem zwölften Lebensjahr, dann ist es dann für den Hausarzt ja sehr wichtig, ein gutes psychologisches Beraten der Mutter durchzuführen, denn das mäßigt das Absinken der Wohlfühlstimme der Mutter. Wenn die Mutter dann also lernt, nein, also vor dem zwölften Jahr, feiern Sie einfach eine Abschiedsparty, sozusagen. Es ist ganz okay. Dieses Kind war einfach nicht fürs Leben bestimmt. Setzen Sie einfach noch mal ein, zwei Kinder in die Welt und dann ist da bestimmt eins dabei, das genetisch gesund ist. Ja, und dann haben Sie dann auch keine Probleme. So, noch einmal, um das noch einmal zu wiederholen, auch so, ich muss ja schon längst wieder zurück auf unser Startbild, damit man wenigstens eine kleine Chance hat, dass YouTube das erkennt. Ja, also, noch einmal, die Zange, mit der die Sozialspartler Massen, also Massenlangzeitarbeitslosigkeit erzeugt haben und mit der sie sozusagen die Langzeitarbeitslosen als Kunden sich festhalten, damit sie größere Karrieren machen können und mehr Geld verdienen können, ja, diese Zange besteht also quasi, hat oben nicht zwei Greiffinger, so wie jede normale Zange, sondern drei. Ja, räumlich aufgeteilt, Daumen und zwei Finger und der erste Greiffinger der Zange, in der, mit der die Vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler, die Langzeitarbeitslose festhalten, sind erstens das Nicht-Helfen. Der erste Finger heißt Nicht-Helfen. Und diese Lobbyisten, die drängen in die Parteien rein und infizieren die mit ihren Vorteilbringenden Irrtümern, mit ihren parasitären Memen, ihren Killerviren des Geistes, natürlich die gesamten Parteien und die Parteiprogramme und diese Sozialspartler und Lobbyisten und Arbeitsamtmitarbeiter, die haben eben vorteilbringende Irrtümer im Kopf, die darin resultieren, dass sie faktisch den Langzeitarbeitslosen nicht helfen. Und das wollen wir ja beenden, indem wir dem positive Anreize setzen, das heißt, je höher der Prozentsatz der Berufstätigen und je besser bezahlt die Jobs der Berufstätigen sind in ihrem Bezirk, für den sie zuständig sind, desto höhere Verdienstzuschüsse. Schluck Wasser. Der zweite Finger dieser Welt festhalte Zange der Sozialspartler besteht aus dem vorteilbringenden Irrtümer-Tum Mindestlöhne, Tariflöhne und Gewerkschaften sind ganz toll und sind total soziale linke Politik. In Wirklichkeit ist nur sozial, was Arbeit schafft und nicht, was Massenarbeitslosigkeit schafft. Aber die Sozialsparten haben uns mit diesem vorteilbringenden Irrtum durchmanipuliert, sodass wir, obwohl wir einen großzügigen Sozialstaat haben, uns den Luxus, völlig überflüssigen Luxus, von einem zweiten Sozialstaat, nämlich den Gewerkschaften, leisten, der Massenarbeitslosigkeit erzeugt und deswegen müssen wir sofort alle Formen von Tarif, Mindestlöhnen, Tariflöhnen und Gewerkschaften verbieten. Dadurch werden das ganze Personal der Gewerkschaften wieder, kann sich dann wieder nützlich machen in der Wirtschaft und führt dazu, dass wieder am Ende in ihrem Geldbeutel, liebe Wählerinnen, wieder mehr Geld landet und sie auch nicht mehr so geschädigt werden durch irgendwelche unsinnigen Streiks und all die Schäden, die dabei entstehen. Und der dritte Finger der Zange ist die Verwöhnung. An dieser Schraube werden wir natürlich zuletzt drehen, man muss die richtige Reihenfolge beachten, man dreht erst an der Schraube des Nicht-Helfens und setzt positive Anreize, sodass die Arbeitsamtmitarbeiter völlig unbürokratisch jedem helfen, sofort wieder Arbeit zu finden, die Leute an der Hand nehmen und von Firma zu Firma gehen und nicht zu ruhen, bis jemand untergebracht ist, möglichst natürlich in seinem Wunschbereich und dann schaffen wir mindest oder zeitgleich können wir ja schon Mindest- und Tariflöhne und Gewerkschaften sofort verbieten und abschaffen und erst dann wenn es dann noch einige hartnäckige Sozialparasiten gibt, die um jeden Preis in der Hängematte bleiben wollen und die Verwöhnung weiterhin genießen wollen, auf ihre Kosten, liebe Wählerinnen, diese letzten wenigen hartnäckigen Sozialparasiten, da kann man dann noch ein bisschen an die Verwöhnung etwas zurückfahren, egal ob es sich um ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen oder ein kleines Hartz-IV handelt, egal wie es dann ist, was sie wollen, in deinem Volksentscheid dann vielleicht wollen, lieber ein mini bedingungsloses Grundeinkommen oder lieber ein kleines Hartz-IV an dieser Schraube kann man dann zuletzt ein wenig drehen, sodass dann diese hartnäckigen Sozialparasiten wenigstens auch noch zu großen Teilen motiviert sein werden, doch wieder die Angebote der Mitarbeiter des Amtes für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung anzunehmen, denn Arbeitslosigkeit ist kein Naturphänomen, sondern wird gemacht durch diese drei Greiffinger der Zange. Arbeitslosigkeit wird aktiv erzeugt durch das Nicht-Helfen, durch die Mindest- und Tariflöhne und die Gewerkschaften und durch die Verwöhnung. Sonst bräuchte es nämlich, könnten wir Null Arbeitslosigkeit haben. Man sieht doch, dass auch Behinderte problemlos arbeiten können, die machen halt das, was sie können und mehr halt nicht. Jeder Kranke macht nur das, was er kann. Und wer halt nur einen Finger hat, dann arbeitet der etwas, was man mit einem Finger tun kann. Dieser berühmte Professor Stephen Hawking hat uns ja gezeigt, was man alles machen kann mit einem Stift oder mit dem Finger oder mit dem Mund. Der hat damit ganze Bücher geschrieben. Also jeder kann was tun. Jeder das, was er kann, ohne sich zu quälen. Ja. So, dann mal gucken, was wir noch als Kurznachrichten haben. Ja. Ich glaube, das war's. Jetzt zeige ich Ihnen nur noch, also noch einmal, wie gesagt, Lobbyismus enden war ja das Ziel der Neuparteien oder aller Neuparteien. Aber letztendlich sind bisher die Vorentwürfe für die Wahlprogramme geschrieben von Lobbyisten. Und das müssen wir uns mal klar sein. das sind Programme, die sehr viele vorteilbringende Irrtümer bestimmter, daran interessierter Sparten beinhalten. Und das ist kein wählerfreundliches Programm, wie es das Programm der Next Scientists for Future wäre, sondern das ist, aus meiner Sicht, bedeutet es die Gefahr, dass die Parteien scheitern. Und ich habe es gestern der Frau Romberg ja ganz klar gesagt, hier Parteivorsitzender Wolfgang Romberg, ihr ganz klar gesagt, wissen Sie, wenn Sie scheitern als Partei, dann scheitern auch Next Scientists for Future und der Weltrat. Denn Sie sind ja für uns eine der wesentlichen Chancen, unser Reformkonzept für Deutschland überhaupt an den Mann bringen zu können. Denn alle Professoren bestanden auf Überparteilichkeit. Das heißt, wir selbst können niemals eine eigene Partei gründen. Wir sind auf Sie angewiesen. Wenn Sie scheitern, scheitern wir mit. Und deswegen stehen wir Ihnen ja auch kostenlos zur Verfügung, für Sie ein Wahlprogramm zu machen mit einem Potenzial von 56 Prozent. Und was, glaube ich, viele nicht verstehen, dass von solch einem Potenzial dieses Potenzial setzte voraus, 50 Minuten Kennenlernen der Reformen der Next Scientists for Future. Was meinen Sie, in wie viel zig Talkshows unsere Professoren sitzen müssen und das erklären müssen, bis es ungefähr dem entspricht, 50 Minuten Kennenlernen. Das sind zig Talkshows in allen großen Sendern, bis das überhaupt bei den Bürgern, bei den Wählerinnen überhaupt ankommt. Das heißt, man muss sich schon, wenn man bei der ersten Wahl von 56 Prozent Potenzial fünf Prozent erreichen will, also zehn Prozent davon erreichen will, also auf 5,0 Prozent kommen will, da muss man schon unendlich, ich meine gut, 1,5 Prozent kommen vielleicht über die Beendigung der Corona-Maßnahmen, aber die restlichen 3,5 Prozent müssen ja irgendwoher beigebracht werden. Und 3,5 Prozent zu erreichen, obwohl die Leute nicht 50 Minuten von uns kennengelernt haben, sondern vielleicht mal gerade zehn Minuten, das ist extrem schwierig, diese 3,5 Prozent zu kriegen. Und deswegen ist ja unsere Formel eigentlich müssen schon längst überall in allen Sendern des Internets Fernsehens die Talkshows laufen, wo es ständig über eine Reform nach dem anderen geht, immer wieder dann immer mindestens ein prominentes Parteimitglied, das die Zuschauer zieht sozusagen und die prominenten Sender ziehen ja selbst auch von sich aus schon Zuschauer und dann also immer eine prominente Persönlichkeit, ein prominentes Parteimitglied, ein prominenter Sender kombiniert mit den Next Scientists for Future und einem widersprechenden anderen Experten, der Kontra geht zu den Reformen der Next Scientists Future und versucht seine Reformkonzepte schmackhaft zu machen und solche Sendungen und damit 20 Millionen Klicks im Internet Fernsehen erreichen und nur dann hat man eine Chance auf die 5,0 Prozent zu kommen, die man am Ende braucht. Ansonsten hat man da überhaupt keine Chance und das ist so schwer. Ich habe ja Erfahrung damit. Es ist viel schwerer als die Leute denken. Sie werden alle am 14. März eine totale Ernüchterung erleben, wie unendlich schwierig das ist, ohne dass man in Hunderten von Sendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und aller großen Fernsehsender war, ist man quasi den Wählern letztendlich völlig unbekannt und letztendlich hatten die Wähler gar keine Möglichkeit überzeugt zu werden von dem Wahlprogramm. Das hat man erst, wenn man durchs Internet Fernsehen über 20 Millionen Klicks wenigstens so 5% erreicht, weil es sich rumgesprochen hat, ausgehend vom Internet Fernsehen. Hier Leute, liebe Nachbarn, da gibt es ein ganz tolles Volksentscheid Wahlprogramm mit 5 Wahlalternativen und da sind richtige, zum Beispiel da ist eine ganz tolle Gesundheitsreform drin, die auch in einer Petition begeisterte Kommentare, rundweg positive Kommentare von Wählern bekommen hatte und so weiter. Diese Partei müssen sie wählen, wenn sie wirklich für sich und ihr Leben was Gutes tun wollen. Und dann kann man hoffen, dass man vielleicht gerade so die 5,0% schafft. Und dann erst beginnt die große Berichterstattung und dann hat man die Chance bei der nächsten Wahl vielleicht schon 20% zu kriegen und dann nach ein paar Wahlen kann man dann schon 56% kriegen. Aber die erste Wahl ist unendlich schwierig, weil man ja von den Großmedien totgeschwiegen wird. Weil ja im Moment noch vor unserer Medienreform die Altparteien in den Aufsichtsräten sitzen und natürlich sagen Nullbericht Erstattung über konkurrierende Neuparteien. Das ist das Motto. Darum geht's in dieser Gesellschaft. Deswegen müssen wir ja die Medienreform durchführen. Aber das finden Sie ja dann alles wieder in diesem Volksentscheid Wahlprogramm. Können Sie das ja alles nachlesen. Also ich denke jetzt zeige ich Ihnen noch den Ausstieg. Ich bin hier. Ich beende die Präsentation. Augenblick. Ich muss erstmal hier hin. Dann muss ich hier hin. Ich beende die Präsentation. Dann hier sehen Sie jetzt alle Talkshow Teilnehmer mit mir dann auch. Die nächste Talkshow ist ja am Dienstag angesetzt. Und dann verabschiede ich noch die gesamte Talkshow Tschüssi Leute und dann steigen wir noch hier aus. Das war's mit dieser zweiten Hälfte dieser Talkshow dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Tschüssi und Hälfte